Niemand weiß von dem Damm zu Damm, was um diese Sünde geschieht. In aller Stille sind die Vorbereitungen getroffen worden. In aller Stille soll Damm sich nun endgültig geutsch werden. Nun, wo Polen sich nicht bereit erklärt hat, die Vorschläge des Führers zu Verhandlungen anzunehmen, sollen die Waffen sprechen. Das Linienschutz Schleswig-Holstein wird in wenigen Sekunden den Feuerkampf auf die Westerplatte eröffnen. Noch ist alles still. Nur wir wissen um das, was in wenigen Augen drücken geschehen soll. Großer, Böber, das Verquallen, unauffällig, fischen von der Holstein jetzt die Feiergarten herüber. Die Fohlen wählen sich. Das Donner der Schwerung des Schleswig-Holstein immer wieder die Kosteneinschläge der Granaten. Jetzt wieder einen Salbe hoch hereingestallt. Wir sind etwa 200 Meter von der Schleswig-Holstein weg und ungefähr einen Kilometer von der Westerplatte. Jetzt wieder ein Gelber-Einschlag hoch auf den Spalm. Das Einschlagen der Schwerung des Schwerungsgranaten von der Schleswig-Holstein. Jetzt wieder ein Einschlag über die Schwerung des Schleswig-Holstein. Der Feuerkampf ist eröffnet. Die Deutschen lassen sprechen jetzt vor ganz dick.